hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge final fantasy 15 so unsere richtung glaube ich geht langsam zum schlussakt oder das haben sie zumindest gesagt wiedersehen vom hangar aus zum zentrallift zurückkehren okay ich würde sagen es ist in dieser richtung wir können auch niemanden heilen jetzt gerade die haben auch nicht mehr so viel energie jetzt schauen wir mal da wird es lang gehen oh hier kann man übernachten das machen wir natürlich wir übernachten bitte einmal alles klar ich hoffe mal wir sind jetzt auch wieder voll speichervorgang ok und wir sind alle wieder voll sehr gut hier wird hier noch irgendetwas schönes sieht jetzt eher nicht so aus ok ich würde sagen hier geht es weiter ich warte mal bis meine kompanien jungs hier kommen wieder auf einmal im kampf stecke und hier ist keiner da so und dahinter ist auch schon dann schauen wir mal ob man das denn da hinten schafft wenn ich denke mal dass jetzt gleich ein boss kommen wird ok zwischen sequenz anscheinend oder noch nicht ganz wir sind am hangar wow riesig haben wir von hier aus zum zentrallift durch das tor am anderen ende ziemlich großes gebiet da sind wieder so komische mechs oder sowas das ist ja der bruder von der luna freya oh mein gott den schaffen wir doch niemals was er ist zum sicher geworden verdammt das sieht gar nicht viel ab ok wo ist er wo ist er ignis ist schon wieder tot mei der hält auch gar nichts aus die in dach Nein, was ist denn da? Ja, gehen wir mal, kommt er noch ein? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Glatio! Was ist denn da? Ja! Was ist denn da? Nein! Ich kann ja auch gar keine Bestie einsetzen oder so. Was ist denn da? 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 Nej.... Ha! Na, was macht ihr denn da? Na, was macht ihr? Na, was macht ihr? Alter, das ist ja heftig eh. Bäh! 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 Ja! Ja! Hallo, ich hab den noch. Okay, letzten zwei Phoenix-Feedern. Egal, jetzt. Hallo? Warte mal. Ich bin noch ausgewichen, Mensch. Oh, jetzt ist es vorbei, oder? Oh, game over. Ciao, ciao, euer Andi.